Wir haben Angst vor dem Schnellen-Seder! Giver! Und wenn wir kommen! Untertitelung des ZDF, 2020 Was geht der? Es geht jetzt. 7-2 Und der jetzt vorletzte oder letzte? Fürst und mein List ist... Dann starten wohl die ersten beiden nicht auf der Liste. Das heißt jetzt die Letizia schon auf der Strecke als Lokalmatadorin. Die ersten sechs zu kommen, denn die ersten sechs zu hören wir nochmal den Kühnern. Die Taiskirchen... ...und die ersten sechs zu kommen und die ersten sechs zu hören wir nochmal den Kühnern. Die Taiskirchen... Hey!! Let's change this category into Senior. Die Informationen zum Punkterennen heute Abend, dass wir starten werden. Wir sind ein bisschen im Zeitraum. Wir luten dann das Treffen der Vereinsverträter am Meeting Point. Point 66. The time 32.13. Weitere Zeit für Stefan Dürschmidt Valentin Thibault, Powerstack mit der World Team Das sieht bei den Portugiesen auch gut aus Die Frauen-Damen Kategorie 300 Meter Die nächste Zeit für die Mexikanerin Rias Mechelko Wahrscheinlich die schnellste Frau, die es über alle Strecken gibt auf der Welt aktuell Die Belgierin Sandrine Tas Sandrine Tas war die Zweitplatzierte aus der Qualifikation Sie kommt eigentlich viel mehr von der Langstrecke Gerade bei den letzten Jahren auch bei den Sprintdistanzen einen Riesenschritt nach vorne gemacht Immer bei Europa und Weltmeisterschaften vorne dabei Vielfach dekoriert mit den Titeln Jetzt auf die Zielgerade Sandrine Tas Übergangthree Länge Drei, zwei, drei Tours Die Field ricke machen Der ist ja. Sechs Runde noch hier. Hier für das Verfolgerfeld und wenn die drei Führenden dann hier auf die Zielgerale wieder kommen, sind es noch fünf Runde zu laufen. Five laps to go. Das Verfolgerfeld hat sich glaube ich aufgegeben. Hier sind jetzt noch. Ja, die drei Skaters. Die anderen. To the finish line. Und der zweite Qualifikation. Ken Wada in One Point for Saul Veränderung Erano Ferrandes. Jetzt ein bisschen das Tempo verlangsamt. King of all Delegates. Und das letzte Rennen wieder. Die erste Warnung. Die Nummer 18. Kados. Die zwei Punkte für Apti D'Souza. Und 1.4. Die Nummer 6. Die vier Felser. Und 5. Die fünf Rennen. Die vier Felser. Und sie schauen jetzt noch mal auf. Spannende Spannende mit mammeln. Ich drücke die Daumen. Der Mann mit den schönsten Träumen heute, der Silber-Metallist von der europäischen Champion, Matthias Knoll, Mr. Powerslide! Wir lieben, hier in Grossgerau. Champion. Nina Spilger. 40 Jahre Geschichte. Skordaarlich in der Lied. Matthias Knoll. 4 Leps to go. 4 Runde noch. Last lap. Letzte Runde. Ultimo Giro. Daniel Tura. Oh, hat einer abgepfiffst. So, everyone is a winner today. You're great. Thank you very much. Congratulations. 8 Leps to go. 8 Leps to go. 8 Leps to go. 8 Leps to go. Now the first point. Alright the fot. 1s. 9 Leps zu go. 5 Andy… 1 44,50 meter. Feuern Marie, zwei Runde noch, zwei Laps zu gehen. Jun Fusatje, der Winner dieser Runde. Laufen, CZG. Let's go, next points! 5000 Meter Point Race! You can hear the radio. It's up to the point of the mark. Come on, guys! Hey! 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 Jetzt hat die Spitze wieder der Felix Rheinen, wir haben hier eine Weltmeister gehalten, hier rote noch, 4 let's to go. Jena mit 4 points für Felix Rheinen. Jetzt muss er noch mal die 2 Punkte machen. Let's go! Zieleinlauf! Argentinier Selektion, Argentinier, 2nd Position win. Pastor Seukel versucht mal schön im Rhythmus zu klatschen. 26 Runden bei den Damen. 5 Damen haben in der letzten Runde. 25 Runden machen wir. 1, 1, 8, eliminated. Jarissa Geißer. 1, 1, 7, eliminated. Terminado. 1, 8, 2, eliminated. 1, 3, 7, eliminated. 1, 8, eliminated. 1, 8, eliminated. Das ist gut, Taz, das ist gut! Dann blicken wir nach vorne, jetzt ist Sandrin Taz nach vorne gegangen. Die Belgierinnen... Sieg nach Südamerika! Zwei Wien! Sandrin Taz! Jetzt geht's um den Gesamtsieg hier in Großgeirn. Wer macht das Rennen? Das ist gut! Sieg nach Südamerika! Sieg nach Südamerika! Sieg nach Südamerika! Es ist gut, Leute. 2-8 Eliminated 2-8 Eliminated 3-8 Eliminated 0-2 Eliminated 3,20 Dimension 3,20 Peter 3,20 enfim 3,20 Untertitelung des ZDF, 2020